24 Tage, 24 Experimente. Viel Vergnügen dabei! Guten Tag! Heute möchte ich euch eine besonders schöne Variante des bekannten Springbrunnenversuchs vorstellen. Zur Vorbereitung des Versuchs habe ich ein Filterpapier mit dem gelben Textmarker bemalt. Dieses Filterpapier bewege ich in einer Kristallisierschale mit Wasser hin und her, so dass sich der gelbe Fluoreszenzfarbstoff Pyranin darin löst. Diese Lösung fluoresziert bei Bestrahlung mit UV-Licht intensiv grün. In einen Rundkolben gebe ich nun 15 Milliliter konzentrierte Salzsäure und verschließe ihn mit einem durchbohrten Stopfen, in dem ein Glasrohr mit ausgezogener Spitze steckt. Nun erhitze ich die Salzsäure, bis Chlorwasserstoffdämpfe aus dem Glasrohr treten. Natürlich darf dieses Experiment nur vom Lehrer unter dem Abzug durchgeführt werden. Bevor ich den Kolben nun umdrehe und das Glasrohr in die Pyraninlösung eintauche, schalte ich das Licht aus und das UV-Licht ein. Die Pyraninlösung schießt nun in den Kolben, da sich der Chlorwasserstoff sehr gut in wässrigen Lösungen löst. Dabei ändert sich die Fluoreszenzerscheinung von grün nach blau. Dieser schöne Effekt ist auf das Pyranin zurückzuführen, dessen Fluoreszenzerscheinung vom pH-Wert der Lösung abhängig ist. 24 Tage, 24 Experimente 25 Tage, 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 25 Tage